Das Geschlechtsverhältnis Geschlechtsverhältnisse sind da, so Mensch in schlechten Verhältnissen lebt, wo Mensch Leben zerstört, wo Mensch Halt am Lebensfluss verloren hat und das Leben mit Verständnis verkehrt. Wo Menschen Liebe schlecht verkehren, wo Menschen schlechten Verkehr machen, wo Menschen Liebe als etwas Verkehrendes, als etwas Verkehrtes bezeichnen. Mensch hat das Leben schlecht gemacht und verkehrt somit im Geschlechterkampf. O Mensch, entkehre das, entbinde das Ich aus solchen Festungen, entfahre, Mensch, aus solchen gefährlichen Verfahren, enteigne das Ich aus solchen Vereignungen, entrichte, Mensch, aus gerichteten Verwicklungen, aus konservierten Vermächtnissen. Das Recht ist ein konservatives Ereignis. Ohne Rechte ist Mensch unkonservativ, ist Mensch unkonserviert, ist Mensch ohne Konversation. Konversation, das gepflegte Gespräch, die Unterhaltung, der Umgang, mit jemandem verkehren, der gewöhnliche Umgang, gewohnheitsgemäß sprechen, die Gewohnheit als Maß der Wortwahl, welche Sprache das Gespräch konstruiert, der Wortverkehr, die Wortverkehrung. In der Konversation ist Wortwahl im Verkehr, ist Wortgang im Umgang. So Wortgang im Umgang ist, ist Wortfahrt unverkehrt, ist Wortfahrt unverfahren, ist Wortgang unvergangen, ist Wort im Umgang, ist Wort in Umgang. Wort. Wortwahl. Vielen Dank.